Was geht Leute? Ich bin's, euer Andi Diamanti. Heute Tag 6 im Harz, Andi im Flagranti. Ich fand's so schön, bin wieder zurückgefahren und ihr seht, strahlend blauer Himmel. 160 Grad. Nein, Spaß. Ich bin wieder in Berlin, Leute. Sieht's euch rein, direkt vor meiner Hood. Ich hab mich fertig gemacht. Ich bin wieder getrimmt. Auf Feines. Ich werd jetzt erstmal gleich schönen Mittagessen. Es gibt wieder Salat, denn von Salat schrumpft der Bizeps. Und ich sag euch, es wird wieder lustig. Ich werd euch alle wiedersehen. Heute erste Wakeboardanlage. Gleich geht's los. Danach, ja wahrscheinlich bei Martino Grillen, ein bisschen Grillen, ein bisschen Fleisch, ein bisschen ohne Salat. Ihr wisst Bescheid. Und ja, ich werd mich auch wieder melden. Bei euch ein. Wo ist eigentlich Marius? Marius! Was geht? Seid ihr ausgeschlafen? Seid ihr gut drauf? Heute haben wir Spaß. Ein schönes Wochenende. Peace, Leute.